Also in dem Audible-Original-Hörspiel Die Juten Sitten geht es um eine Hollywood-Diva, die in einer Gefängniszelle auf ihre Hinrichtung wartet und einem Journalisten von ihrer Kindheit erzählt, die in einem Bordell in den 20er Jahren in Berlin stattgefunden hat. Also ich würde Hedi als ein Vollblut-Vibe beschreiben, also eine Frau, die ihre Kindheit in einem Berliner Bordell verbracht hat, zusammen mit ihrer Großmutter, die das Bordell auch geführt hat und da wirklich das pralle Leben Tag für Tag miterlebt hat und ein sehr eigenständiger, humorvoller, sensibler, selbstbewusster Mensch geworden ist, die dann eben ihren großen Traum erfüllt hat, nämlich eine fast mit dem Oscar nominierte Schauspielerin zu werden in Amerika. Als ich zum allerersten Mal das Skript in der Hand gehalten habe, habe ich sofort gemerkt, dass es einen enormen Sog hat, weil es so menschlich ist, weil es einfach das Leben des Menschen mit all seinen Facetten zeigt und nichts ausgelassen wird. Also wirklich, man springt als Leser in ganz, ganz tiefen Herzensabgründe und macht Höhenflüge. Alles Träumen ist möglich, aber auch eben, also es ist ein großer Schmerz, eine große Verzweiflung. Dann wieder der Herzschlag, der Hauptherzschlag ist wirklich ganz viel Humor, dass es im Leben immer weitergeht, dass es für alles eine Antwort gibt, dass es nie vorbeigeht und das ist halt sehr menschlich, sehr, sehr positiv und auch sehr abgründig. Also eine Szene, die ich im Kopf habe, die sich auch immer wiederholt, das sind die Momente, wo die Hedi, was sie damals von der Anita Berber im Bordell eigentlich als kleines Kind gelernt hat, nämlich Rosenblätter in eine Mischung aus Äther und Chloroform zu tunken und die dann auszuzuzeln und dann eben für Sekunden in diesen wundervollen Rausch zu fallen. Und so wie die Autorin, die Anna Bassena, wie die das beschrieben hat, muss ich sagen, dass ich schon beim Lesen wirklich mal diesen ganzen Rausch durch die Worte, durch die Beschreibung, wirklich sich selbst reingesogen hat. Und das hat unglaublich Freude gemacht, dann auch kurz auf diesen Trip zu gehen. Also die Regisseurin Anja Herrenbrück kannte ich vorher nicht. Und das Wunderbare ist aber, dass das so ein Geschenk ist, wenn dir jemand zuhört. Und jetzt ist es nun mal im Studio so, dass eigentlich einen die Glaswände oder auch die Mauern trennen. Also man sitzt ja nicht so wie in der Schauspielregie wirklich nah beieinander. Aber du weißt, dass da jemand ist, der wirklich dein Herz schlagen hört, der den Atem hört, der dich als Mensch einfach über die, also akustisch wahrnimmt. Und sie hat eine ganz große Sensibilität. Sie hat mich wunderbar losgelassen. Also ich habe mich enorm viel getraut, auch zusammen natürlich mit meinem Kollegen Barnaby. Also wir treiben ja da das recht wild und heftig. Aber das war so eine Lust. Also sie hat eine ganz große Lust vermittelt, wirklich auch für mich komplett loszulassen, über nichts nachzudenken. Geht irgendwas, geht nichts. Also es ist eine sehr inspirierende Regisseurin, die auch, finde ich, das, was sie dann gesagt hat, konnte ich sehr gut nachvollziehen, umsetzen und vor allem diese große Gabe zuzuhören und auch ohne Worte einen auf einen ganz tollen Weg zu geleiten und man wirklich so voll Lust und Laune sich in diese wunderbare Sprache hat fallen lassen können. Also ich finde, dass die Rolle als Hörspiel-Sprecherin sich gar nicht unterscheidet von der Rolle, die ich jetzt empfinde vor der Kamera, weil ich liebe die Hingabe an den Momenten, das völlige sich auflösen, über nichts mehr nachdenken, wirklich so die eigene Erdumlaufbahn entdecken und dann auf die Reise gehen. Und das fand ich eben bei diesem Hörspiel, was ich da natürlich genieße, ist diese unglaubliche Stille, also wirklich das Schwarz um einen, von dem man so umarmt wird und dieses komplette Versinken und dann aber wirklich auch zu merken, was entsteht in dem Augenblick, was kommt einfach aus mir raus, was man gar nicht vorher geplant hat, was in dem Moment passiert. Und das ist beim Schauspiel auch so. Und ich finde, dass diese beiden eigenen oder unterschiedlichen Stilmittel, wenn man es so sagen kann, dass die sehr Hand in Hand gehen und ganz viel gemeinsam haben. Also ich glaube, man kann fertig produzierte Hörspiele insofern mit TV-Serien vergleichen, als dass die Nachfrage immer größer wird. Also ich merke einfach, dass das Hörspiel ist sozusagen, es ist eine große Lust an Hörspiel, also diese Lust, sich wirklich zu versenken, sich dem Ganzen hinzugeben und auch sehr aufwendige Produktionen und Eigenproduktionen. Und da merke ich schon, dass in den letzten Jahren sich sehr viel bewegt hat. Ich höre am allerliebsten Hörspiele, wenn ich längere Zeit Auto fahre oder aber auch einfach abends, weil ich es wunderbar finde, wenn mir jemand eine Geschichte vorliest und ich dann so ganz langsam ins Land der Träume mich verlieren darf. Manchmal dauert es auch lange, weil es so spannend ist und manchmal lasse ich mich einfach fallen. Ich hätte sehr gerne in den 20er Jahren gelebt und ich merke immer, wenn ich als Figur, immer wenn ich in Geschichten mitmachen darf, die in den 20er Jahren spielen, wie sehr die mich verführen und was die für einen Sog entwickeln. Und ich mir denke, mein Gott, das ist herrlich, dass das Jetzt ist so da, es wird gefeiert. Ich habe das Gefühl, dass in den 20er Jahren das Leben der Tag, der Moment, der Augenblick gefeiert worden ist. Also Audible-Hörer sollten die Juten Sitten hören, weil es ein Werk ist voller Lust und Leidenschaft, unendlich viel Humor, weil es da um Menschen geht mit all ihren Träumen, Sehnsüchten und Ängsten. Und dieses Hörspiel macht stark, gibt Kraft, macht Lust aufs Leben und das ist mit das Schönste, was ich selber je gehört habe.